moin moin und herzlich willkommen jetzt auf meiner kleinen farm und ja es gab eine kleine änderung und zwar ich idiot ja ich blöd man habe am anfang habe ich mir bloß x player 10 installiert der total der eigentlich gar keinen sinn ergibt wenn ich da ein spiel starte öffnet der den bluestacks player 5 den habe ich natürlich auch installiert gehabt und aber erst danach weil ich bemerkt habe dass der bluestacks player 5 eigentlich die spiele hier triggert und ja und ich idiot ja wollte den bluestacks player 10 deinstallieren was habe ich stattdessen gemacht dem bluestacks player 5 deinstalliert natürlich mit allen spielständen von bad farm von sim city ja alle weg alle futsch und ja alles wieder auf anfang würde ich sagen und ja da ist er wieder so und ja hier seht ihr einen voll idioten zu blöd war das richtige zu deinstallieren und ich habe warum ich habe jetzt überhaupt nichts gemacht ich habe jetzt überhaupt nichts gemacht ich habe nur die maus bewegt ich habe nur im haus bewegt und das spiel stürzt ab okay ja das spiel ist halt ein bisschen älter und ja kann sein dass der bluestacks player das nicht wirklich also in den letzten folgen konnte der auch nicht vernünftig abspielen hier und ich hoffe es bleibt jetzt stabil ich habe da kein bock darauf ehrlich ich habe da wirklich kein bock mehr drauf so was ich sagen wollte ich habe mich schon ein bisschen hoch gepusht auf level 5 und ja da haben wir nächsten auftrag und zwar will der jazz oder jazz der hohen grober haben aber ja auch vorrat ein bisschen angebaut nur noch an leitz könnten wir noch ein bisschen vertragen und hohen drohen normal nicht wundern ich muss ab und zu mal rüber gucken und bewachen ob das spiel noch vernünftig gecaptured wird so und einmal northern lights und einmal maui wawi wie ihr sehen könnt habe ich schon drei töpfe hier zwei lampen mehr mal eine lampen habe ich den habe ich die andere lampe nicht ach da habe ich die ach so bei der dritten habe ich die oh man ich habe gedacht ich hätte ich bei der zweiten geupgradet naja wie auch immer was haben wir denn an potbox 83 ok das würde mich 500 kosten ich schaue mich mal nach lampen um ich schaue mich gleich mal nach lampen um weil man lampen verkauft ja noch ein lights ich könnte jetzt drei säcke da rein werfen aber der ertrag wird auf jeden fall weniger sein als bei den anderen hier da muss ich auch noch die pumpen erweitern warte mal was kosten ich habe schläuche ja geiler kann man das mal upgraden und die pflanze wächst jetzt schon okay so die alte pumpe konnte ja nichts mehr pumpen deswegen ist die pflanze jetzt auch gewachsen naja so kann man die pflanzen auch schnell hochziehen einfach irgendwas upgraden naja wie lange dauert das dann drei minuten ok drei minuten knapp vier minuten ich schaue mich mal kurz nach lampen um war da kommt schon der lieferant ich schaue mich mal um ah guck mal da hat einer lampen aber so wahrscheinlich ja 10er pack warum verkaufen wir das im 10er pack warum nicht einzeln ich brauche nur eine vier lampen brauche ich vier lampen leute ich brauche vier lampen oder drei habe ich noch eine ich weiß es nicht so ja gut northern lights kommen kaufen war damit wir das wenigstens auch schon mal haben wenn das schon zur verfügung steht da zwei lampen ach ach du scheiße 28.000 what the fuck alter so teuer ernsthaft keine fresse gibt es doch nicht so ja gut homegrown ist fertig neun knöspchen aufstieg mit level 65 potparks und ein stromkabel nice generator level 2 freigeschaltet og kusch haben wir freigeschaltet und stromkabel ne ja das haben wir ja gerade schon gesehen so der dave braucht noch zwei minuten die lampe nähe die pumpe dazu upgraden nächster auftrag ja passt doch fortschritt doch nicht ich habe gedacht die fortschritte arsch habe ich jetzt irgendwie angetäuscht wenn man ich bin ja ich bin kein alleskönner ich werde hier mit den upgrades helfen kommen jederzeit vorbei und wir schauen uns da hat sich jetzt aber was verändert naja ich habe gedacht ich müsste das auch upgraden aber anscheinend brauchte ich da nur draufklicken und die hütte hat sich dann da selber hingestellt so wie ihr sehen könnt habe ich hier ein gambler hingestellt am anfang nur wie gesagt ich idiot habe den falschen bluestacks app player deinstalliert so ist das halt man macht fehler nobody is perfect und so was können wir denn noch anbauen was anleiten könnte man noch gebrauchen die ist ja in mache die sind ja noch ja ich weiß nicht bei der lampe und bei der pumpe kommt wenig ertragbar raus das ist scheiße warum stehen hier 55 minuten wofür ist seine pflanzen um sie glücklicher zu machen und weil es mehr blüht ja ja das ist mir klar homegrown ja kommen wir noch ein bisschen homegrown rein ach so er ist in bearbeitung wie lange dauert hat noch ein paar sekündchen ok dann warten wir hier auf den homegrown scheiß spinne was hier nix in meinen keller gewölbe zu suchen so und so 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 emails so okay kommt er so 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 den knospen ja das noch perfekt aber direkt noch einen rein ein bisschen vorrat anlegen würde ich sagen können wir auch noch aber noch 13 stück neue aufträge sind jetzt noch nicht ja gut einer ja natürlich ist ein auftrag aber den müssen wir erst mal fertig stellen um den zufriedenzustellen so sieht aus ausgabestelle haben wir noch nicht bonus autovermietung auftragstafeln multiplikatoren zweimal gold zweimal doloren also dollar zwei dollar für einen tag gratis das erste mal ist gratis versucht den pontjag ja immer doch direkt mal der ist bestimmt schneller unterwegs aber den können wir leider nur für einen tag mieten naja zwei doloren so war ein arachnoid da können wir ich würde sagen noch ein lights auch noch rein knallen er braucht 23 minuten wow ok könnte vielleicht heute noch hinhauen mit dem hier wenn ich heute ein bisschen länger zocke und aufnehmen natürlich ein haubert da rein ist die platz ist schneller fertig ich habe von den zungen dreher gehabt ok ja ich komme gleich großen hat einer gut so da haben wir doch was gekriegt doloren irgendwie kommt mir diese melodie bekannt vor ich glaube aus scraps genau wo sich turk und jd sich die tiki götter geholt haben und immer nehme neuneu gemacht habe immer so neuneu und neuneu genau neuneu neuneu irgendwie so keine ahnung irgendwie ein bisschen anders betont auf jeden fall richtig geil das hat mich daran erinnert ähm so ähm drei stück hm ja das könnte heute noch hinhauen aber mit der anderen nicht wohl ich könnte die drei da rein pfeffern Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich geh mal kurz Ich geh mal kurz raus Auftragstafel, nichts Äh, ja Wir brauchen Northern Lights Äh, und ein paar Lampen Können wir auch gebrauchen Wenn die nicht so scheiße teuer wären 28.000 hab ich nicht mal Nicht mal ansatzweise Mann, warum denn? Warum tut ihr mir das an? Wie viel Kohle haben wir? Oh, jetzt hab ich ja gespuckt Leichte, feuchte Aussprache Ja, da leckt immer noch die Pumpe Ja, die müssen wir auch upgraden, haben wir noch Ja, komm, mach mal das recht Dann ist die Pflanze auch direkt fertig Haben wir hier keine leckende Pumpe mehr Ja, okay, da ist auch noch Ein bisschen am Lecken Ähm, lecken Ähm, so Dann haben wir wenigstens schon mal die Auftragstafel Äh, beziehungsweise Äh, den Auftrag auf der Auftragstafel erledigt Zack Wir brauchen nämlich Kohle Und da haut der Pontiac ab Sauber Dann ist der da noch in der Wache Drei Minuten Achso, ja, okay Mach die Pumpe, stimmt Oh, noch ein Auftrag, geil Der will Homegrown haben Keine Ahnung Wir brauchen Kohle Warte mal, wie viel gibt der mir überhaupt dafür? Ah, 148 mal 2 Okay, das ist gut Ja, und noch ein Auftrag Ja, sauber Komm, hauen wir direkt raus, ey Wir brauchen massig Kohle Ja, Homegrown hat sich vielleicht verabschiedet Da ist noch ein Auftrag Ja, komm Hau ab Jeder Auftrag gibt Kohle Auf Level 10 erst Okay Homegrown, ja Können wir direkt anbauen Dauert nicht lange So Oh Man sollte die Taste auch mal gedrückt halten, ne? Ich muss heute mal gucken, wie viel Kohle ich noch auf dem Konto habe Dann kann ich mir eventuell heute mal Wie heißt das Spiel? Turbo Golf Racing Genau, Turbo Golf Racing ist ja jetzt mittlerweile released In der Early Access Version Ich habe schon in der Demo angezockt Könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen Ab und zu mal waren die Server geschlossen Weil die da halt das Spiel noch bearbeitet haben Musste halt noch weiter programmiert werden Ein paar Bugfixes mussten da noch reingeballert werden So, äh Achso, dass ich noch hin mache Stimmt Hab ich denn noch Verfügbar ab Level 8 Okay Wir brauchen Lampen, Leute Wir brauchen Lampen Verkauft da jetzt wenigstens einer Lampen günstig Oh Mann, sind die scheiße teuer, ey Ich spuck hier schon wieder gegen meinen Pop-Schutz Man, hab ich nur feuchte Aussprache Ja gut, ich habe jetzt auch gerade was getrunken Wir brauchen noch eine Minute 30, 38 Ja gut, dann kümmern wir uns erstmal hier um Und was ist da noch was hin mache Ja okay, da ist noch Äh, 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 äh Nordpan Lights Genau Komm, schnell Wir brauchen Kohle, wir müssen Kohle machen Ja, ich will ernten So, zack Homegrown 13 Ja, das passt doch Die gibt mir 104 mal 2 Ja, das war reiß Ist am Anfang noch nicht so viel Aber wenn die Aufträge Äh, ja Wenn es jetzt weiter Level Ne, Hochlevel Dann gibt es mehr Aufträge Ja okay, ich muss ja sowieso neue Aufträge Mit reinpfeffern Was kostet mich denn das? 250, 5 Sekunden Upgrade Wie haben wir da direkt, oder? Ah scheiße, der ist ja immer noch ein In Arbeit Oh man Cletus Devil Achso, da fehlen Äh, äh, Northern Lights Okay Schauen wir mal Vielleicht haben wir ja jemanden, der Northern Lights verkauft Nope 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 Alles verkauft Schön Komm mal nebenbei, mal gucken, ob hier jemand So blöd ist und günstig Äh Lampen verkauft Ah, schon alles Nicht in meiner Nicht auf meinem Level Schön Ein paar Sachen sind verkauft Hat hier keiner Northern Lights Was, Wasserpumpe Level 2 abgeschlossen Ja, sauber Okay, ja gut, dann würde ich sagen Und dann würde ich sagen Gehen wir mal runter in den Keller Ah, da ist der Level 2 Bumpe Was können wir denn jetzt gebrauchen? Northern Lights können wir gebrauchen Ist in Macher, ne? Äh, da, 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 da Was wird Homegrown? Ja, können wir auch mal gebrauchen Maui, wowi, haben wir hier rein Und hier einmal Homegrown Die beiden dauern ja nicht so lange Na, sie juckt Ich glaube, das nächste Mal mache ich Eventuell, ja, die Musik hier im Spiel ein Mal gucken Also, dann muss ich das auf jeden Fall Ein bisschen runterschrauben Weil leider kann man das ja nicht beeinflussen Also, die Lautstärke natürlich Aber bei OBS kann ich das natürlich runterschrauben Damit das nicht zu laut ist Und ihr mich noch hören könnt Ich hoffe, das Mikro ist nah genug dran Naja, ich habe es auf 100 gestellt Der Pegel ist auf 100 Sollte normalerweise Sauber und laut und deutlich zu hören sein So Ich glaube, für das Spiel Für die kleinen Spiele, die ich so zocke Ne? Solche Spiele wie das hier Da kann ich mal eine halbe Stunde zocken Ich denke mal nicht, dass hier etwas dagegen habt Wenn hier mal eine halbe Stunde lang Ein Video glotzt, ne? Naja gut, viele gucken sich das an Machen es aus, weil es langweilig ist Naja, wer weiß, ne? Keine Ahnung Aber, ne? Wenn ihr meine Videos schaut Und ein Like da lasst Würde mich da auf jeden Fall freuen Den Algorithmus von YouTube natürlich auch Ja Und, äh Den Rest kennt ihr ja, ne? Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt Wisst ihr ja Bescheid Ich möchte hier nicht rumbetteln Das soll man ja nicht machen Oh, da ist was erledigt Uh, nice Licht an Nice, okay Boah, das schlägt aber aus So Ich hoffe, das ist nicht zu laut, ey Ja, der Pegel, der schlägt da richtig aus, ey Der geht ins Gelbe rein Naja, immer noch akzeptabel, würde ich sagen Nehmen Ja, hätte ich gerne Bitteschön, Dankeschön Behellen Sie uns doch bald wieder Was labere ich da wieder? Ich bin doch hier ja nicht in Ähm B-b-b-b-b Äh Die Last Life 2 So Was könnten wir denn jetzt noch anbauen? Na gut, 20 Minuten will ich jetzt nicht auf die Pflanze da warten Machen wir noch ein bisschen homegrown Können wir noch Maui-Waui, können wir auch noch Ja, nehmen wir Maui-Waui Da ist ein bisschen weniger Gucken wir mal kurz Äh Äh, komm Die Lampe kaufen wir uns, wenn wir genug Kohle haben Dann können wir hier die Lampe upgraden Aber wir könnten sie rein theoretisch jetzt schon upgraden Komm, machen wir Ach, kosten mich auch noch Potbugs Oh Mann 12 Potbugs, Alter Für 3 fehlende Oh Mann Ernsthaft Na gut Komm Schüffeln wir noch ein bisschen Kohle Und ein bisschen Potbugs Dann upgraden wir dann mal Ach, was ist das? Scheiß, was drauf Was ist das? Scheiß, was drauf Komm, hier Potbugs kriegen wir sowieso Kriegen wir so oder so Okay, ja ich wollte jetzt schon den Sack Guano da rein pfeffern Aber naja War ja sowieso der letzte Tropfen Wasser Von daher So, Maui Waui 24 Homegrown 26 Äh, wir könnten Achso, da wird noch geupgradet Stimmt die Lampe Könnten OG Kush auch noch anbauen Wenn, ich weiß nicht Ich gehe mal auf die Auftragstafel Schauen wir mal eben Homegrown, wir haben Und Northern Lights Mehr Aufträge Was kostet mich das? 250 Hat er jetzt sowieso gerade bearbeiten Also Schlecht jetzt noch einen Auftrag mit rein zu pfeffern Was haben wir denn eigentlich hier? Promo-Pakete Kaka-Kit Kaka-Kit extra Starter-Kit extra Ja, gut Eigentlich wollte ich mir das Starter-Kit hier holen Das erste Aber ich weiß nicht, ob man hier mit Paypal bezahlen kann Paypal, Paypal Wie auch immer das ausgesprochen wird Mir egal Paypal, Paypal, Paypal Mir egal So, au Käbelchen Achso Wurde eigentlich hier drauf Da-da-da Was haben wir denn hier? Vier Tütchen Käbel Schlösser und Kisten Einschloss und Kisten Okay Ja Dekorationen kommen später Wie lange braucht der denn jetzt noch für die Lampe? Zwei Minuten noch Zwei Minuten können wir noch ein bisschen Ich nehme mal Homegrown Ich könnte drei Säcke reinhauen, aber Na ja Zwei Säcke Ich weiß nicht Könnten wir Aber die paar Sekunden da Kamera mal kurz abwarten Ist ja halb so wild Warum stehen hier Ich verstehe nicht, was hat mit der Zahl hier auf sich Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Äh Das habe ich bis jetzt immer noch nicht verstanden Seitdem ich das Spiel spiele Ähm Züchte fünf Pflanzen mit je zwölf Knospen Achso Hat das mit dem Meisterziel zu tun oder was? Ich weiß es nicht Oder hat das was mit der Zufriedenheit zu tun hier Keine Ahnung Hm Whatever Ist er fertig? Ein paar Sekundchen noch Okay Na, gehen wir darüber Ach komm Einen Sack können wir entbehren Haben wir ein bisschen mehr Ertrag Ja, sauber Elf Elf Knospen Dein Vorrat ist voll Mach ein Upgrade, Mann Ja 500 Hm Tütchen habe ich Kostet mich auch noch 500 Warum ist das so scheiße teuer, Alter 500, Alter Ach komm 30 Sekunden Ach nee Der ist immer noch nicht fertig Scheiße Komm Dave Beeil dich mal ein bisschen Und Upgrade abgeschlossen Was haben wir denn da jetzt? Dein Upgrade ist fertig, Mann Nö BlueStacks Player Warum meldet sich der BlueStacks Player? Was soll denn das? Naja Wie ein Vorrat ist Achso, ja klar Stimmt, stimmt, stimmt Das muss ja auch noch geupgradet werden Ja, und der grinst hier ordentlich Kommen wir schon die Viecher hier reingeflogen Komm schon Upgrade abgeschlossen Jetzt kann ich weitermachen Dankeschön So, was können wir denn jetzt noch gebrauchen? Northern Lights Ja, davon Maui Waui Haben wir jetzt ganz ordentlich Oder wisst ihr was? Äh, eine Maui Waui Pflanze Hau ich jetzt noch rein Dauert ja nicht so lange Und morgen wird ordentlich gegrillt Beim Kollege Der hat uns zum Grillen eingeladen Dafür, dass wir sein Schlafzimmer Beziehungsweise Wohnt Schlafzimmer Oder Wohnzimmer Sein Wohnzimmer haben wir gestrichen Genau Ich und ein Kollege waren bei dem zu Hause Bei dem im Haus Der hat ja mittlerweile ein eigenes Haus Von den Eltern geerbt Die wohnen unten im Erdgeschoss Der hat seine Dachgeschosswohnung Erstmal ein bisschen Luft schlampen Sonst kann man ja nicht reden Ähm Ja Wir haben da halt den ganzen Tag gestrichen Bis der dann von der Arbeit kam Ja Und dann waren wir auch fertig Und das Beste war Bei der Affenhitze Haben wir jedes Mal eine halbe Stunde gestrichen Und Dann haben wir uns auf die Riesenterrasse gesetzt Einen Matten ausgelegt Und dann draufgelegt Und ein Pulle Bier aufgemacht Jede halbe Stunde Boah Wie viele Pullen wir gekillt haben Leute Alter Das war ja Boah Hammer Alter Und bei der Affenhitze Unglaublich Ey Wir sind doch bescheuert Sind wir doch Naja Egal War auf jeden Fall nicht schlecht So Jetzt dauert das noch 30 Sekunden Okay Machen wir noch den Arachnoid Arachnoiden hier platt Äh Ist der Dave gerade beschäftigt? Ich glaube nicht Ne Ne Okay Dann könnten wir mal eben Naja gut Da haben wir noch ein bisschen Platz Irgendwas könnten wir hier noch upgraden Was könnten wir denn jetzt noch upgraden? Die Pumpe hier, ne? Wollen wir mal Ist sie nicht das? Achso, ist das Level 8 erst Ja, stimmt Ja, Level 8 Ja, ja Okay Aber wenigstens haben wir jetzt alle Lampen und alle Pumpen hier geupgradet Da haben wir jetzt noch einen Sack drauf Und ja Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut Und ja Dankeschön fürs Reinschalten Ihr wisst Bescheid, ne? Und wenn euch mein Kanal gefällt Den Rest kennt ihr ja auch, ne? Ich will jetzt nicht weiter rumbetteln Also, ne? Das lasse ich jetzt am besten sein Äh Es ist ja jedem selbst überlassen Und Ja Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Wenn es heißt Äh Der Tomek baut hier wieder Pflanzen an Erneut Ja Weil ich blödmann halt den falschen BlueStacks App Player hier Deinstalliert habe Naja Wie auch immer Äh Ja Wie gesagt Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Reingehauen Und ciao Wiederau